Es ist wirklich krasse nichts, also es ist ernsthaft. Es wird jetzt, glaube ich, nicht sofort in Chapter 2 passieren, ja? Schau Leute, was geht. Alphastein muss das sein. Warum, Digga? Alter Schwede. Leute, wir spielen wieder eine Runde For... Ich bin zurück, Freunde! Ich weiß, du hast mich vermisst. Alter Junge, wir spielen wieder eine Runde Fortnite mit Alphastein. Ich glaube, das ist deine erste Runde. Fortnite in Season 11, Kapitel 2. Mach dich bereit, Stein, und wir gehen sofort rein in die Euger. Let's go. Viel Spaß dabei. An der Stelle, meine Freunde, falls ihr im Itemshop irgendwas kaufen möchtet, nutzt natürlich den Crater-Code REWINSIDE. Verlinkt mich gerne auf Instagram und so weiter und so fort. Ich check das alles aus. Dankeschön. Kuss. Ganz genau. Oh, es sieht so schön hier aus, Alter. Ich finde es so geil, dass man jetzt... Guck mal, man kann jetzt schwimmen, Stein. Wusstest du das schon? Hä? Guck, ich bin jetzt Fisch. Ja, du hast ja auch einen Fisch-Skin. Okay, Stein, bist du ready? Hast du Bock zu gewinnen? Ja. Wann hast du das letzte Mal einen Fortnite-Win geholt? Hä? Ich guck auf Kalender. Komm, wir gehen mal dahin. Da war ich noch nie in Cracky Clips. Let's go. Also, einmal bis jetzt. Okay, let's go. Aus geht's. So, Stein. Ja, was denn? Hast du mich vermisst? Ja, es geht. Also, ein Stück weit... Ich hab so lange nichts mehr gemacht, aber ich wusste, du wirst irgendwann ankommen. Weil ich weiß, du liebst mich. Stimmt nicht. Es geht, also... Du hast mich vermisst, sei ehrlich. Ja, sehr, sehr, sehr. Hehe, ich weiß. Land mal hier mit mir beim Kirschturm, Bro. Sterbe. Was? Nein, warum stirbst du jetzt schon? Wo bist du, Bruder? Ja, hier in dem Kirschturm, wo ich markiert hab. Brauchst du Hilfe? Eeeh! Der Pöder hat mich One-Shot geholt. Oh, oh, Stein, der Gegner kommt. Ich gebe ihm einen Headshot! Genau. Ich gebe ihm einen Headshot! Und das Ping-Game gibt wieder ihm den Vorteil, oder was, Alter? Hm? Erd-Full-Life, Alter, mein Schuss geht nicht durch, obwohl ich drücke. Nice. Okay. Lande das nächste Mal bitte einfach da, wo ich's dir sage, Junge. Lächerliches Spiel, Alter. Lächerliches Müllspiel. Mach dich bereit in der Lobby. Du kannst unten auf Bereitmachen gehen. Rechts, wenn du in Game noch bist. Oh, ich bin schon raus. Ach, Mann, du Idiot, Alter. Ich kenn das Update nicht. Okay, also weißt du gar... Aber ich hab trotzdem alle Leaks. Nein, 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 nein. Stopp. Damit fangen wir jetzt nicht an. Stein. Ja, okay, ja, nicht. Du weißt nichts. Du kennst das Update nicht. Du wolltest nie in mir investieren. Was wollte ich nicht? Nicht investieren. Okay, Stein, was erwartest du denn von dieser Season? Erzähl's mir doch mal. Also, man muss schon ehrlich sagen, die ist gut, okay? Auf jeden Fall deutlich besser als Season 10, ja. Ja, auf jeden Fall. Ganz genau. Kapitel... Aber ich hätte doch Verbesserungsvorschläge. Ja, okay. Beispiel weniger bauen oder so. Weniger... Also, das ist ja ein Grundbestandteil von einem Spiel. Ich weiß nicht, ob du das raus... Du kleiner 31er. Ich kann das nicht und die dürften das auch nicht. Wer? Die anderen Spieler? Ja. Okay. Ich muss einen Modus geben ohne bauen. Und er wird auch kommen in Chapter 2. Season 2. Wir sind ja schon in Chapter 2. Chapter 2 Season 2. Also, ich glaub nicht, dass die tatsächlich einen kompletten Modus ohne bauen machen werden, Stein. Einen. Nur für als limited time Modes. Ja, aber aus welchem Grund? Ich hab alle Leaks. Dir ist aber bewusst, dass beim letzten Mal... Lassen wir uns mal hier hingehen. Ja, absolut. Dir ist bewusst, dass beim letzten Mal, wo du gesagt hast, ich habe Leaks, tatsächlich dir nicht wirklich... Also, dass nicht wirklich alles gestimmt hat, ne? Aber vieles. Freizeit, steig aus. Und lande genau da, wo ich gesagt... Nein, du hast dir einfach irgendwas aus dem Arsch gezogen. Du hast einfach irgendwas gesagt. Du hast Glück, dass irgendwas davon halbwegs richtig war. Ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ein Großteil davon stimmte nicht. Es war damals ein Mitarbeiter, der das Team verlassen hat und der hat mich angelogen. Ah ja, okay. Und wer ist es jetzt, der dir die Leaks gegeben hat? Ich hab neun. Du hast neun. Der heißt Timur. Timur ist nicht mal ein richtiger Name, oder? Timur? T-I-M-U-R. Timur? Junge. T-I-M-U-R. Ich weiß nicht, ob ich dir das glauben kann. Das klingt ziemlich unglaubwürdig. Richtig. Hey, du bist neidisch. Ich bin nicht neidisch. Ich glaub dir einfach nur nicht. Ich merk's. Ich bin verliebt. Hä? Okay, Stein. Wenn du angeblich ja wieder etwas weißt, okay? Ich weiß nicht, was du denkst. Ja, also wie gesagt, bis jetzt, bin ich ehrlich, bis jetzt hat ein Großteil der Sachen, die du gesagt hast, einfach nicht gestimmt. Deshalb bin ich da natürlich ein bisschen skeptisch. Guck die Videos. Guck. Alles. Ja, das kann ja jeder sagen. Aber ich hatte recht. Du hast nie... Kann ich bitte die Minis haben? ... mit Geld. Gib mir die Minis. Gib mir... Ach, mein Gott. Was soll das? Ich brauch das... Mann. Gib die Mad-Kids zurück. Hallo. Meine Fresse, Alter. Komm, wir müssen da hoch. Ich komme. Ich hole den. Okay, ich bin gespannt. Ich hab ihn schon. Fällt runter. Hab ihn. Der andere kommt. Sehr schön, Stein. Easy. Guck. Toll. Okay, gut. Was, guck? Du hast nicht geübt. Das war jetzt einfach nur Luck. Ja, genau. Okay, gut. Erzähl es mir. Also, was weißt du? Was weißt du über dieses Season, was ich nicht weiß? Sag es mir. Komm, nenn es mir. Also, du weißt ja, was bis jetzt passiert ist. Ja, wir haben eine komplett neue Map. Ja, weißt du noch? Weiß ich nicht. Mehr ist bis jetzt nicht da. Ich meine, es gibt so ein paar Orte, die, keine Ahnung, so schön aussehen. Ja, und welche? Ja, es gibt halt einen Leuchtturm zum Beispiel, der ist neu. Ja, genau. Und warum gibt es einen Leuchtturm zum Beispiel? Ja, weil der an der Küste steht. Weil der halt zur Map dazugehört. Nein, in real life. Warum gibt es Leuchtturm? Damit kein Schiff gegen die Küste fährt. Ja, und du hast es selbst gesagt. Schiff. Ja. Schiff ist ein Indienst für Schiffe, die bald kommen werden in der nächsten Season. Nein. Und auf diesen Schiff hin? Nein. 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 Nein, Stein. Nein. 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 Das passiert nicht. Nein. Da werden neue Stints kommen und so. Alles kommt auf uns neu zu. Okay? Es kommt ein Schiff. Ja. Nimm du das durch. Was passiert denn noch, Stein? Was gibt es denn noch Neues? Die Story geht halt weiter, ne? Ja, aber welche Story denn? Ich meine, wir hatten den Visitor und so weiter und so fort. Ja, was denn? Ja, Stein, hier sind überall neue Autos. Durch. Ja, absolut belastend. Also, guck mal, das Ding ist. Nein, das ist kein Mercedes, das ist einfach ein Auto. Stein, das Ding ist, weißt du, man würde dir glauben, aber du weißt ja nicht mal, was in dieser Season abgeht. Guck mal, du bist überrascht, dass es neue Autos gibt. Äh, ja, das ist nur eine Randinfo. Okay, alles klar, okay. Also, es kommt ein Schiff, ja? Gut, spinnen wir den Hasen weiter. Es kommt ein Schiff. Was passiert mit dem Schiff? Wir werden attackiert von den Piraten. Piraten kommen also. Und die kommen oben beim Leuchtturm an oder vielleicht woanders. Kannst du dir ja aussuchen. Am Leuchtturm. Okay, ich habe hier vorne einen gesniped. Hab den einen genockt. Oh, oh, ha. Was ist los? Hast du trainiert? Ja, ich bin einfach krass geworden, wa? Ja. Oh mein Gott. Zieh mich dann hoch, zieh mich dann hoch, zieh mich dann hoch. Komm Stein, wir hauen ab. Ohne Munition bringt das nichts. Das ist ein Fisch. Ja, ich weiß. Das ist nichts Neues. Guck mal, weißt du, deshalb meine ich halt. Deshalb kann ich dir halt nicht glauben. Verstehst du, was ich meine? Nein, ich habe nur gesagt, wir sehen einen. Ja, aber das ist ja normal. Das gehört ja irgendwie zu Season dazu. Ich dachte, es wäre ein Spieler. Stein, vorsichtig. Ja, ja, ja. Die kommen. Hier. Lass mal abhauen. Lass mal abhauen. Komm, komm, komm. Oh mein Gott, Junge. Als ob. Komm Stein, wegschwimmen. Ich sterbe. Okay, erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr, was du weißt. Hab einen von denen down. Der andere pusht mich gerade, Stein. Beide down. Ich bin absolut stark. Ich bin ein absolut starker Spieler. Das sind aber noch welche. Das sind noch welche von denen. Wir müssen uns trotzdem irgendwie die Loot holen. Stein hinter uns auch noch. Wir sind im Sandwich. Den Loot holen. Den Loot holen dann ab dafür. Hab einen von denen down. Schaffst du es? Nein. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, Stein. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Oh mein Gott, wir werden es nicht schaffen. Wir werden es nicht schaffen. Wir werden es nicht schaffen. Wir dürfen nicht im Krieg sterben. Mann, wir schaffen es nicht. B zu dem Last. Okay, Stein. Runde Nummer 2. Hast stark gespielt, muss ich dir lassen. War ganz toll. Lass mal zu Dirty Dogs gehen. Und wir können hier oben... Tilted Towers gibt es nicht mehr. Wir können hier oben zum Atomkraftwerk. Aber lass mal zu Dirty Dogs. Let's go. Oh mein Gott, hinten ist ja das Atomkraftwerk. Ja, also ist halt... Ja... Was? Ja, ich habe davon mitbekommen, dass es da ist. Lass jetzt nicht lachen, okay? Okay, ich muss niesen, warte. Das ist wirklich... Ha! So ein Tag, Bruder. Dankeschön. Oh! Okay, ja, erzähl es mir. Das ist wirklich krasse Lings. Also ist ernsthaft. Also ich weiß nicht, ob es Season 2 ist, okay? Ja. Aber es wird in die Luft gehen. Nein. Dann ist die ganze... Doch, hör mal zu. Das ist kein Witz. Alles in die Luft gehen, ja? Mhm. Und das ganze Atomkraftwerk. Dann ist die ganze Web verseucht. Ja. Dann sind die wieder die Zombies auf der Web, die wir besiegen müssen und so. Nein, 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 stopp. Nein, 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 nein. Die Zombies kommen nicht zurück. Das kannst du mir nicht erzählen, Stein. Tut mir leid. Du kannst mir jede Lüge, die du dir ausdenkst, auftischen. Das sind neue Zombies. Jetzt kommen nur so schleimige, weißt du? Was ist an denen so krass? Dann ist die ganze Web so lila, hier ist überall lila Luft und so. Ah, oder du hast ja vom Damm gehört, ne? Auch ein Leak. Nee, also ist kein Leak. Ist kein Leak. Der Staudamm ist einfach da und gut ist. Er wird brechen. Nein, der Staudamm wird nicht brechen, Junge. Das wird die komplette Map unter Wasser setzen. Das macht gar keinen Sinn. Chapter 2 doch. Chapter 2 ist doch gerade, Alter. Dann würde es ja jetzt passieren. Ja, Season 2 meine ich. Aber warum denn alles in Season 2? Was passiert in dieser Season? Angeblich. Ja, hier wird nicht so viel passieren. Die machen so erstmal so chillen, damit wieder alle so Spaß dran haben und dann fangen die wieder an mit Live-Events. Und machen alles wieder kaputt? Ja. Okay. Gut, und darf ich nochmal ganz was fragen, woher du diese Infos hast? Timor. Timor gibt es nicht. Ach, frag Epic Games, schick dir E-Mail, frag Timor. Ja, Mann, als ob die sagen werden, ja, ja, Timor hat das geleakt. Er darf es ja öffentlich nicht, er hat es nur mir gesagt, weil wir gute Kollegen sind. Woher kennst du Timor? Ich hatte im Gespräch kennengelernt, als ich über meinen Creator-Code geredet habe. Du kannst mir nicht erzählen, dass du mit irgendeinem Dev über deinen Creator-Code geredet hast. Ja, er investiert in mich. Ich hatte so viele Creator wie kein anderer YouTuber, das wusste aber keiner. Auch das ist gelogen. Nochmal ganz kurz zusammenfassen, ja? Der Staudamm bricht, ne? Klar. Ja. Und das Atomkraftwerk explodiert und macht die ganze Map voller liefstigen... Ja, alles lila. Die ganze Map ist dann einfach nur lila. Ja. Sonst irgendwas, oder? Äh, zu dem hier. Alpa Popono. Gottes Aim. Das ist ein Bot. Das kann gut sein, ja. Okay, Stein. Genau, Thema Bots. Weißt du denn noch irgendwas über die Bots? Die werden auf jeden Fall verbessert, hat mir Timor gesagt. Das macht ja auch Sinn, so Sch*** die gerade sind, ne? Ja, auf jeden Fall. Dann gibt es eine stärkere Bots und eine schlechtere für dich. Ich bin nicht schlecht. Ich hatte eben... Ist ja auch egal. Okay, Stein. Also die Bots werden besser, das Atomkraftwerk explodiert. Wie passiert denn das mit dem Atomkraftwerk? Gibt es dazu auch ein Live-Event? Ja. Guck, äh, du kennst ja schon in Real Life, was mit den Atomkraftwerken passiert ist, ne? Also bis jetzt ist eigentlich Atom... Zum Beispiel in Japan war Tsunami. Also achso, es kommt ein Tsunami. Kommt der zeitgleich mit den... Kommt der zeitgleich mit den Piraten wahrscheinlich, oder? Nee, die kommen in Season 2. Okay. Äh, Season 1, meine ich, die Piraten. Hier ist noch ein Medpack, kannst du das mitkennen? Ach, die Piraten kommen noch. Die Piraten kommen noch diese Season. Du meinst doch eben, die kommen nicht diese Season. Also diese Season passiert nichts mehr. Ja? Nee, red ruhig weiter. Nee, kann ja mal passieren. Bei so vielen Informationen, bei so vielen Informationen, da kriegt man natürlich manchmal auch, ähm... Da wird man natürlich ein bisschen... Okay, was gibt es noch, Neustein? Also, die Piraten kommen halt diese Season noch. Ja, ja, genau. Kannst du mir das live... Ich meine, wenn du ja schon weißt... Ach, alles... Ach, die ganze Map wird dann wieder kaputt gemacht, oder? Wie die sie gerade neu gemacht haben? Meinst du, das passiert? Also, macht ja eigentlich keinen Sinn, weil die Map ist ja gerade neu, oder? Warte mal, hallo? Komm mal zurück jetzt hier. Ich muss jetzt weiter mit Timo reden. Ich rufe jetzt Timo an. Mach das gerne. Jetzt geh ran, Timo. Hallo? Hallo? Timo. Ja, bitte. Nein, nix. Sind die richtig? Aber Stein, du hast einfach irgendeine Nummer in deinem Telefonbuch gerade gewählt. Das war... Das war lange wie iCrymax, oder? Nein. Das war Timo. Ah ja, okay. Gut. Das leidig, weil du keinen Kontakt zu ihm hast. Ich glaube, so ist es, ja. Ich glaube, so tut es sein, mein Freund. Mein Bestester. Ja, schade, dass ich halt keinen Kontakt zu Timo habe, ne? Meinst du, du kannst dir den Kontakt zu Timo mal geben, dass Timo mir das alles selber sagt? Äh. Red nur mit coolen YouTubern. Mit denen so krass läuft. Aber mit mir läuft doch krass. Aber nicht so krass wie bei mir. Ach ja. Hast du sonst noch irgendwas an Informationen, die ich hier in das Video mit einstreuen kann, ohne dass sie sich überhaupt bewahrheiten werden? Guck jetzt, guck. Guck Himmel, siehst du das? Das wird Liga. Guck. Das ist der Sturm. Der kommt jede, gottverlachte Runde. Und wenn er eine Zubkraft, er explodiert, sieht es genauso aus. Nur noch schlimmer. Ach so. Guck, die haben das hier schon halbwegs ins Spiel eingebracht. Stein, der Sturm sieht seit Season 1 so aus. Ja, der war früher blau. Gut Stein, ansonsten sind wir dann soweit durch mit deinem Bullshit oder kommt da noch irgendwas? Ja, warte, du siehst ja gerade. Guck mal, wo ich laufe. Ja, es ist eine Straße. Guck, wo ich laufe. Es ist eine Straße. Und warum ist sie hier für Fußgänger gebaut? Stein, Straßen gab es schon immer in Fortnite. Das ist jetzt nichts. Du siehst ja nicht ohne Grund, hier sind richtig viele neue Autos auf der Map. Ja, weil sie halt einfach die Modelle überarbeitet haben. Nicht nur. Du merkst ja, wie das wird langweilig. Man muss immer voller gelaufen und so. Also, deswegen haben die sich überlegt, es haben ungefähr eine zweite Season, dann wieder Fahrzeuge einzuleiten und probieren, ob die laufen. Aber wir haben ja schon Fahrzeuge, wir haben ja schon die Boote, ne? Das weißt du ja. Ja, aber jetzt wieder Autos, aber schneller, so wie bei PUBG. Achso, okay, gut. Das heißt, man kann dann nur spezielle Autos fahren oder einfach direkt alle wahrscheinlich, ne? Alle. Ja, okay. Ja, nur ein paar Stück, aber krass. Sport und so Auto. Ja, ja, auch Mercedes. Es kommt, es sieht ähnlich aus, wirklich. Okay, okay. Aber wenn das alles kommen wird, dann kommst du mir wieder an und sagst vor. Weißt du das, Alpha? Wie immer. Aber du willst doch, dass ich dir glaube, oder? Ja. Weißt du, das Problem ist halt, wie soll ich dir glauben können? Oh, was ist das denn hier? Große Munitionsbehälter. Guck mal, das sieht aus wie so ein Kanister. Funny. So große Munitionsbehälter. Aber auch Update. Okay, steig, von da vorne wird irgendwo einer kommen. Lass mich jetzt chillen. Wie ich es gesagt habe. Was für Bots, Alter. Wirklich so dumm kann man doch nicht sein, Jungs. Also ihr geht gerade aus der Zone. Okay, also neue Fahrzeuge, das Auto natürlich, klar. Das Atomkraftwerk, ne? Ich wiederhole das einfach nur nochmal ganz kurz für die Zuschauer, ja? Und das passiert jetzt alles in den nächsten zwei Chaptern. Also in den nächsten zwei Seasons. Hallo, das heißt Season, nicht Chapter. Chapter ist ja das, was wir gerade haben, ne? Ja. Ja, macht ja Sinn. Ne, ist interessant. Ist mega interessant. Also finde ich schon gut, wie du dich damit... Ja, Standardskill. Wo ist das Standardskill? Das wissen. Wir zahlen uns den Timo. Außer sieht das Atomkraftwerk da hinten nicht mal ansatzweise aus, als würde es explodieren. Ja, wenn Tsunami... Ne, wenn du mir den Timo holst... Ja, dann was? ...habe ich den Kontakt zu Timo. Stein, ich will nicht irgendwen aus deiner Kontaktliste haben. Er ist schon vier Monate hier im Team. Jeder in diesem Game hat einen Sniper außer mir, Stein. Erklär mir das. Kann Timo mir bitte das beantworten, wie das geht? Ja, wir können jetzt den Sniper auf den Trend bringen. Gut, Stein. Gut, ich habe dir den Win geholt. Jetzt ist es Zeit, dass du... Hallo? Kriege ich jetzt die Adresse von Timo? Alles klar. Gut, Stein. Dann... Perfekt. Gut, Leute. Dann sind wir hier durch. Ihr wisst jetzt, was euch in Season 2, Chapter 2 erwartet. Kurze Spoiler. Das wird so alles nicht passieren. Grüße gehen raus. Was geht? Ich Luis. Ich bin drip. Das ist ging bin mini. Ich bin kolejeles weiter sicher. Ich bin platformer... ...leigh ditch. Gut, ich bin�unz dieesc silently.